Am Montag startet Game of Thrones mit der 7. Staffel. Eine Entscheidung im Kampf von Westeros rückt näher. Zeit zur Seite zu blicken. Was machen die Starks eigentlich sonst so? John. Kit Harington spielt die Hauptrolle in Death and Life of John F. Donovan, der 2018 erscheint und mit Bella Thorne, Jessica Chastain und Natalie Portman besetzt ist. Ah ja, Macy Williams ist erst 20, aber sie hat bereits eine eigene Produktionsfirma und nun auch den ersten Film parat. Stealing Silver soll gegen Jahresende erscheinen. Sansa. Sophie Turner ist umtriebig. Sie hat ein paar Filme, die noch dieses Jahr herauskommen. Außerdem modelt sie neben Bella Brand auch noch als neues Gesicht für Louis Vuitton.